Der vierte Sieger war Tom Stephan und der hat hart gekämpft und hat die DVD gewohnt. Doppel Impact, zwar mit kleiner Hilfe, aber er hat echt hart gekämpft und hat das Blut gezeigt und hat die DVD gekriegt. Und ja, die Auflösung war, wie im Chung heißt, schöner Frühling. Weil es auch schon abends zu meine alten Clips gebracht. Und andererseits standen schon die Adresse. Ich möchte es aber nicht umdrehen. Keiner muss wissen, meine Adresse oder seine Adresse. Ich hoffe, ihm gefällt der Film. Er hat mir geschrieben. Den Film noch nicht gesehen. Da wird es ein Event verdient. Der Film ist hammergeil. Viel Spaß damit, Stephan. Äh, Tom Stephan.